Und damit herzlich willkommen bei dem Matchplay. Hast du alles gehört? Ja, ich hab alles gehört. Wie kannst du das da rein? Kalle ist drauf, habe ich auch gehört. Wir reagieren. Das kommt ja auf jeden Fall alle. Und, ähm... Wenn du jetzt ab bist, dann mal, das ist echt unkreativ. Wollen wir vorher eigentlich irgendeine Kategorie klar machen oder wollen wir einfach nur loszeichen? Nein, nein, wir zeigen. Wenn gar keiner drauf kommt, können wir das ja sagen. Okay. So, okay, los geht's. Ey, warte ganz kurz, bevor wir loslegen, kann man das noch klar machen, dass man das hier auch sieht? Mhm, mhm. Das ist keine Wii U. Das ist nur ein U-Drawer-Gamepad. Okay, los geht's. Das stimmt, das hat nur 20 auch. Wieso bist du hier? Deswegen hab ich scrollt. Sonst wäre mir zu Schnäppchen. Ich muss was sehen. Moment, 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 Moment. Ich muss was sehen, Moment. Ein Fuß. Nein. Ein Penis. Kein Penis. Eine Nase, ein Gesicht. Homo Simpsons. Homo Simpsons. Homo Simpsons. Homo Simpsons. Alter, warum ist das mit so einer Nase? Ne, hier... Dieser Lyssop oder so von Kiebs. Auf jeden Fall ein Kaktus. Ganz ruhig, das ist ein Kaktus. In der Wüste. Ein Kaktus. Das ist ein Tier. Das ist ein Pferd. Ein... Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. Ein Nasentier. Ein Nasentier. Äh, Kau unser Drecks. Ähm. Kau mal bitte nimm mal deine Haare aus dem Bild. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Gesicht ist, was diese Kuh anschaut. Ein Reiter mit einer Nase davor mal. Red Dead Redemption. Hätt ihr jetzt irgendwas gesagt? Alter, Alter, das ist so scheiße. Das ist Jesus' Geburtsszene. Okay, 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 Moment. Nein, auf dem Pferd vor Pinocchio. Gott, was soll ich denn das sagen? Das sind Hase. Bremer Stadtmusikanten. Es sind mehrere Hasen. Oder? Sind das Hasen? Verlier dich mal nicht so in Details. Als die Tiere den Wald verlieren. Gehen die in den Mund von dem Typen rein oder was soll das denn sein? Pass auf, ja. Jetzt kommt die Pointe. Pointe kommt immer am Ende. Sag ich doch, ein Kaktus. König der Löwe. Jawoll! Jawoll! Was ist denn das für ein Berg? Was ist denn das für ein Berg? König der Löwe. Das ist wirklich so scheiße. Das ist doch kein Berg, Alter. König dich blamen, weil das hat jemand erkannt. Es hat jemand erkannt, also könnte mich nicht dafür blamen. Stimmt, also ohne Scheiß. Wir sind in jedem Fall. Ja! Wir müssen übrigens alle trinken. Und du musst einen Löffel, äh, hier, Cham-Chapka nehmen. Chau! Cham-Chapka! Cham-Chapka! Hier, geh mal her, den Cham-Chapka. So, nimm einen Löffel Cham-Chapka jetzt. Cham-Chapka. Cham-Chapka, willst du mir mal Cham-Chapka geben? Naja, halt so... Nein, Alter, nein, 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 du hast gewonnen, Kolle. Nee, jetzt kannst du ihm schön in den Mund einführen. Ich bin nicht volle. Er muss ja auch ein bisschen reichen. Ich komm, wir werden mit dem Geschmacksbuch. Ey, nee, das ist ja das harmonisierte und... Du bist kein... Du harmonisierter Spaß hier, Alter. Das neutralisiert sich ja. Los, 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 los. Oh, rein, Alter. Gut! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Boah! Oh, Digga! Wir polen, guy! Oh, Digga! Der Cardmaster! Oh, Digga! Cardmaster! Ich mach jetzt schon mal, Digga. Warte, wart et嘛.